Kurt Schwitters Kurt Schwitters war ein deutscher Maler, Dichter, Raumkünstler und Werbegrafiker und gehört zu den einflussreichsten Künstlern des 20. Jahrhunderts. Seine Werke lassen sich sowohl dem Konstruktivismus als auch dem Surrealismus sowie dem Dadaismus zuordnen. Der Künstler wurde 1887 in Hannover geboren und starb 1948 im Alter von 60 Jahren in Candle, England, an den Folgen einer Herzmuskelentzündung. Nachdem Schwitters sein Abitur erlangte, begann er ab 1908 ein Studium an der Kunstgewerbeschule in Hannover. 1917 wird Schwitters zum Militärdienst einberufen, jedoch wegen seiner Epilepsie und Neigung zu Depressionen nach wenigen Monaten wieder entlassen. Stattdessen wurde er als technischer Zeichner im Eisenwerk verpflichtet. 1918 präsentierte Schwitters in der Berliner Galerie »Der Sturm« seine erste Kunstausstellung. Hier zeigte er das erste »Märzbild«, eine spätere Reihe des Künstlers. Zehn Jahre später ruft Schwitters die Künstlervereinigung »Die Abstrakten Hannover« ins Leben. Hierbei wird er von zahlreichen Kollegen unterstützt. Parallel dazu veröffentlicht er seine eigene Zeitschrift »März« und arbeitet als freier Werbeberater. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten emigrierte der als entartet geltende Künstler nach Norwegen. Hier entstanden zwei seiner »Märzbauten«, Kunstwerke, die den gesamten Raum ausfüllten, ehe er 1940 nach dem deutschen Überfall auf Norwegen nach England floh. Nachdem er 1944 einen Schlaganfall erlitt, folgten weitere körperliche Einschränkungen. Seine letzten Tage verbrachte er im nordenglischen Lake District, wo er seinen letzten Märzbau begann, jedoch nie fertigstellte. Herr Künstlerk Der bei Santa feder Deutschland Family Erleola Erleola